So Leute, ab geht's zum Frühstücken. Eben schön wieder 40 Kilometer gefahren. Oh, meine Beine fühlen sich aber auch an. Pudding. Da ist das gute Stück. Und jetzt wird schön gegessen. Ui, ui. Guck mal hier Leute, das habt ihr aber noch nicht im Shop, wenn wir mal vorbeigehen so ein bisschen. Hier, pass auf. Von Neosaps. Haselnuss-Schokocreme. Mit Crunch und Proteine natürlich. Richtig geil. Sozusagen Protein-Nutella. Und dann haben wir hier weiße Schokoladencreme. Das ist am geilsten. Mit Proteine. Geht da doch. Geil. Werdet ihr auch bald im Shop haben, Leute. Aber jetzt noch nicht. Jetzt hab ich's erstmal. Oh, krab mal auch am Start hier. Alles auf Protein-Buzzles. Ist gar nicht alles, aber lecker. So, ich hab jetzt mal auf Krampf nochmal Geschenke besorgt für eine Sechsjährige und Zehnjährige. Hab ich jetzt hier drinne. Und dann war, ich hab's, kann's halt noch nicht einpacken, ne? Und dann war ich grad bei einer Floristin. Und die hat da so Papier gehabt, so wie Geschenkpapier, bisschen dünner. Sag ich, könnt ihr euch nicht das einpacken? Ich zahl das natürlich auch alles. Hab sie gesagt, nee, kann's nicht machen. Ich sag, ich geb's den Zehner, kurz mal einpacken. Bo-Bo-Bo-Fertig. Ja, nee, sorry. Kann ich leider nicht machen. Hä? Wieso kann mir eine Floristin nicht mal kurz... Das ist sogar auf nebenbei. Eine Geschäftsidee. Weißt du, hätte ich einen Floristenladen? Blumen hier, da, das ist kein Problem. Aber wenn ihr von Markov rauskommt und was einpacken wollt, gar kein Problem. Ich pack's vorhin einfach ein paar Euro oder was. Ne, schade. Jetzt muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ich kann mich noch erinnern, meine Tante hat früher was mit Zeitungspapier eingekleidete Hechtball. So Leute, bin jetzt angekommen. Aber das Geschenk ist noch nicht eingepackt. Das mache ich jetzt aber gleich noch auf Krampf. Man kennt ihn, typisch Mann wieder. Was ich euch noch sagen wollte, morgen geht es los, Leute. Viele Fragen, welche Uhrzeit, wann genau. Morgen um 12 Uhr geht die Big Boys Kollektion für Smileworks Online. Was heißt Big Boys nochmal? Ganz einfach erklärt. Kleidung, denen auch den großen Jungs passen. Die riesen Bodybuilder. Aber auch die etwas Übergewichtigen zum Beispiel. Die für Sport nicht die passenden Klamotten finden. Big Boys, die Big Boys Kollektion wird einfach eine richtig geile Kollektion für Sport, Freizeit und auch privat zum Chillen, wo es mal nicht so eng ist. Sonst sind wir immer mit Smildelok Slimfit gegangen. Und diesmal gibt es auch mal was weiteres. Und das wird ziemlich, ziemlich geil. Freut euch auf morgen, 12 Uhr. Ich verspreche euch, das wird eine richtig geile Kollektion. Auch mit der einen richtig oder anderen geilen Farbe. So Leute, ich werde gleich für euch nach oben gehen und euch Update zeigen. Ich werde auch morgen alles schön im Sonntagsvlog um 10 Uhr online kommen, Leute. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Guckt euch das mal an. Sieht schon richtig, richtig, richtig geil aus. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Wie gesagt, Leute, morgen im Vlog und Montag wird die Treppe herangebaut. Das wird auch nochmal richtig, richtig geil. Oh Leute, hier geht gefühlt die Welt unter. Alles regnet wieder. Videos zum Glück fertig gedreht, Leute. Morgen wird es schön pünktlich um 10 Uhr vor euch online sein. Am Oma. Und dann sage ich, was ich spürst mich.